Moin Sportsfreunde, Quotenwilli hier. Herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video zeige ich euch, was ein Reverse Line Movement ist und wie ihr diesen nutzen könnt, um erfolgreiche Sportwetten abzugeben. Viel Spaß dabei! Ja, Sportsfreunde, herzlich willkommen zu diesem Video. Quotenbewegung zu beachten, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn man erfolgreich mit Sportwetten sein möchte, auch um natürlich den besten Zeitpunkt für eine Wette zu finden, weil es gibt natürlich nicht immer Value in den Quoten und dementsprechend muss man da immer ganz genau schauen, zu welchem Zeitpunkt man die Wette abgibt. Das ist auch nicht einfach zu erklären, da gehört ganz, ganz viel Erfahrung zu und einfach Übung, aber es ist ein ganz wichtiger Punkt. Buchmacher verschieben Quoten und sie verschieben die Lines. Warum machen sie das? Sie versuchen auf beiden Seiten des Marktes gleich viel Geld zu erhalten. Also beim Buchmacher ist es ja so, dass er ja keine fairen Quoten anbietet. Eine faire Quote wäre zum Beispiel eine 2,0er Quote auf eine 50% Wahrscheinlichkeit, wie zum Beispiel bei dem Münzwurf. Allerdings bietet der Buchmacher für sowas dann nur eine 1,95 an und rechnet sich eine Marge mit ein. Also die 1,95 ist jetzt einfach mal ein Beispiel. Andere europäische Buchmacher bieten für ein 50-50 Spiel sogar nur 1,9 teilweise an. Das ist das Geschäftsmodell der Buchmacher, da sie so ihr Geld verdienen. Jetzt versucht der Buchmacher aber das ganze, das Risiko, sein eigenes Risiko zu minimieren, indem er auf beiden Seiten des Marktes, also sagen wir mal Asian Handicap minus 1,0 auf Bayern gegen Dortmund, da versuchen die 50% des Geldes auf das Asian Handicap minus 1,0 für Bayern zu bekommen und 50% auf das Asian Handicap plus 1,0 für Dortmund. Vorausgesetzt, das sind 50-50 Quoten, also 1,95, 1,95. Wenn die Wetten bzw. die Geldbeträge viel eher im Verlauf der Zeit, also das Spiel ist am Samstag, der Buchmacher eröffnet die Märkte aber schon viel, viel früher und wenn im Verlauf der Zeit dieses Geld nicht 50-50 ausgeglichen ist, sondern zum Beispiel 60-40 ist, dann ändert der Buchmacher die Quoten. Also wenn jetzt zum Beispiel auf Bayern 60% des Geldes gelandet ist, auf das Asian Handicap minus 1,0, dann macht der Buchmacher die Quote auf Dortmund attraktiver, auf das Asian Handicap plus 1,0. Entweder erhöht er dort die Quote von 1,95 auf zum Beispiel 2,0 oder 2,05 und reduziert gleichzeitig die Quote für Bayern oder aber er verschiebt die Laien und bietet auf Dortmund jetzt ein plus 1,25 an und auf Bayern ein minus 1,25 zur Quote 1,95 beispielsweise. Somit ist natürlich eine Wette auf Dortmund attraktiver geworden und der Buchmacher versucht so, Geld und Einsätze auf Dortmund zu erhalten, um das Ganze wieder 50-50 auszugleichen. Wichtig zu betonen ist auf jeden Fall, dass es nicht um die Anzahl der Wetten geht, sondern lediglich um das Geld, was reinkommt, weil das ist natürlich am Ende das Interessante. Und wenn der Buchmacher es 50-50 verteilt hat, dann kann ihm total egal sein, wie dieses Spiel ausgeht. Er hat seine Marge verdient an allen Wetten und ist somit risikofrei in dieses Spiel gegangen und hat sein Geld verdient. Dann ist noch ein wichtiger Punkt für den Buchmacher, von wem diese Wetten kommen. Er sieht natürlich ganz genau, welche Spieler welche Wetten abgeben, welche Spieler die Closing Line schlagen, also die Quote vor Spielbeginn, nämlich wenn man die Closing Line, also wirklich die Quote direkt vor Spielbeginn, wenn man die schlägt, dann langfristig, dann sagt man, dass man ein erfolgreicher Spieler ist. Und der Buchmacher sieht natürlich ganz genau, welche Spieler das können, welche Spieler Value-Wetten platzieren. Und dann ist es zum Beispiel so, dass jetzt ein Spieler, der gut unterwegs ist, also ein professioneller Spieler, der setzt zum Beispiel eine 2.000 Euro Wette auf Bayern Asian Handicap minus 1,0. Und auch dann würde der Buchmacher eventuell die Quoten verschieben, weil er sich denkt, alles klar, dieser Spieler weiß, was er tut und dem vertrauen wir mehr oder weniger. Und deswegen passen wir die Quoten mal wieder lieber ein bisschen an, damit die Gegenseite ein bisschen attraktiver wird. Wenn jetzt aber einer kommt, der zum Beispiel 10.000 Euro setzen möchte, von dem die Buchmacher aber wissen, alles klar, der hat von Tuten und Blasen sowieso keine Ahnung, lass den mal machen, weil der hat einfach zu viel Geld oder so, ist aber kein erfolgreicher Spieler, dann kann es unter Umständen sein, dass die Quoten nicht angepasst werden. Also es kann durchaus passieren, dass eine 2.000 Euro Wette die Quoten bewegt, eine 10.000 Euro Wette jedoch nicht. Das ist auf jeden Fall möglich und in solchen Fällen, wenn es eben vorkommt, dass erfolgreiche Spieler identifiziert werden, dann werden die meisten Buchmacher die Accounts schließen oder limitieren. Das ist bei asiatischen Buchmachern allerdings nicht der Fall. Da gibt es eine Plattform, die nennt sich BetFootball, die bietet viele verschiedene asiatische Buchmacher an. Da habe ich auch schon mal das ein oder andere Video zu gemacht, klickt dafür mal oben auf die Infokarte oder einfach unten auf den Link in der Videobeschreibung. Da ist es nämlich so, dass es zum Beispiel eine Plattform auch gibt, die nennt sich Mollibet, die vereint viele verschiedene asiatische Buchmacher, sodass man immer direkt auf den ersten Blick sehen kann, alles klar, wer hat die beste Quote, da platziere ich natürlich meine Wette. Denn, ist ganz klar, wir sollten unsere Wetten immer nur dann platzieren, wenn wir auch die beste Quote erhalten. Was ist jetzt aber in dem Fall ein Reverse Line Movement? Bleiben wir mal bei unserem Beispiel. Bayern gegen Dortmund, Asian Handicap minus 1,0 auf Bayern und Asian Handicap plus 1,0 auf Dortmund. Jetzt nehmen wir mal an, dass 60% der Wetten auf Bayern im Asian Handicap minus 1,0 kommen und 40% der Wetten auf Dortmund im Asian Handicap plus 1,0. Ich rede jetzt in diesem Fall wirklich von der Anzahl der Wetten und nicht von der Menge des Geldes. Weil 60% der Wetten heißt natürlich nicht, dass auch 60% des Geldes auf Bayern ist. Jetzt nehmen wir mal an, dass 60% der Wetten also auf Bayern im Asian Handicap minus 1,0 liegen. Normalerweise würde der Buchmacher jetzt die Line auf Dortmund auf minus 1,25 anheben, weil ja mehr Wetten auf Bayern platziert wurden, um dann das Ganze wieder 50-50 auszugleichen. Allerdings ist es jetzt in unserem fiktiven Beispiel so, dass die Line auf minus 0,75 beziehungsweise plus 0,75 geändert wird. Und das heißt dann für uns, dass vermutlich mehr Geld auf Dortmund platziert wurde, obwohl es weniger Wetten waren. Wir haben ja gesagt, 40% der Wetten werden auf Dortmund platziert. Aber es scheint so, als wenn mehr Geld auf Dortmund platziert wurde. Also diese 40% haben mehr gesetzt als die 60%. Und das ist für uns unter Umständen ein Indiz dafür, dass es sich bei den Dortmund-Spielern um professionellere Spieler gehandelt hat. Also auf jeden Fall um Leute, die mehr Geld eingesetzt haben. Und genau hierbei spricht man dann von einem Reverse Line Movement. Mehr Wetten auf der einen Seite, aber die Quote verschiebt sich auf die andere Seite. Und das nennt man dann Reverse Line Movement. Das ist alles blanke Theorie. Es kann natürlich auch sein, dass der Buchmacher einfach Informationen erhalten hat und die Quote deswegen zum Schieben gebracht hat. Es kann natürlich auch sein, dass einfach der ein oder andere professionelle Spieler auf Dortmund getippt hat und der Buchmacher sich deswegen gedacht hat, alles klar, hier passen wir die Quoten an. Also das hat jetzt nicht die absolute Aussagekraft, dass ich jetzt sage, alles klar, immer wenn ich so ein Reverse Line Movement sehe, dann setze ich auch auf die Seite. Das sollte man auf jeden Fall nicht machen. Man sollte sowas aber immer im Hinterkopf beachten und einfach die Quotenverläufe verstehen und auch erkennen können. Diese Daten gibt es auf diversen Seiten. Ich glaube, unter anderem wird das auch vom Buchmachern selber veröffentlicht. Ich kann euch eine Seite mal zeigen, die nennt sich pregame.com. So, und da bin ich jetzt hier zum Beispiel auf das Game Center gegangen und dann sieht man jetzt hier für heute zum Beispiel, das Video wird aufgenommen am 24. Mai. Jetzt am 26. Mai findet ein Spiel statt in der NBA Toronto Raptors gegen Milwaukee Bucks. Hier haben wir eine aktuelle Line, minus 2,5 auf die Raptors und wir sehen hier, dass 58% der Tickets auf die Raptors reingekommen sind, allerdings 59% des Geldes auf die Bucks. Wie aussagekräftig das hier ist, da übernehme ich überhaupt gar keine Haftung für. Die holen die Infos wohl von diversen Buchmachern, ob das am Ende alles so stimmt, keine Ahnung. Die Line wurde eröffnet mit ausgeglichenen Quoten auf den Sieg und hat sich jetzt im Verlauf der Zeit auf Raptors minus 2,5 geändert. Ich hatte vorhin mal kurz geschaut, das ist jetzt ungefähr eine Stunde her, da hatten wir auch, ich glaube, 60% des Geldes auf die Raptors. Also da hat sich jetzt ein bisschen was getan und dadurch, dass wir jetzt hier 58% der Tickets und vor einer Stunde 60% des Geldes auf die Raptors hatten, hat sich dann die Line von 0 sozusagen auf minus 2,5 geändert. Ich könnte mir vorstellen, dass die Line jetzt wieder so ein bisschen zurückgehen wird auf die Bucks, weil wir hier eben sehen, dass das meiste Geld bisher auf Milwaukee platziert wurde. Ist eine interessante Seite hier. Das ist auch ein Vorbote, sage ich mal, für Betting against the Public. Dazu wird es auch noch mal ein Video geben, dafür kann man solche Statistiken auch ganz gut nutzen. Ob Betting against the Public der heilige Gral am Ende ist, das werde ich euch in einem anderen Video erklären. Freunde, schreibt mir mal unten in die Kommentare, ob ihr solche Statistiken hier auch nutzt, ob ihr sowas überhaupt schon mal gesehen habt. Und wenn ihr sowas auch für Fußball habt, dann schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare. Ich glaube, es gibt noch die Plattform linereversals.com Ich meine, da ist Fußball mit drin. Also schreibt mir mal eure Erfahrungen unten in die Kommentare. Denkt auch an den Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Und natürlich auch an das Abo und die Glocke, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt. Und ansonsten sage ich, macht's gut. Ich wünsche euch weiterhin ganz, ganz viel Erfolg und wie immer, gute Gewinne. Bis zum nächsten Mal.